Yoga Aerobik, wieder mehr Energie Fitness-Sport. Yoga Aerobik, wieder mehr Energie. Neue und frische Energien tanken, Stress abbauen, Blockaden lösen. Das sind die Hauptgründe für die Entwicklung von Yoga Aerobik. Einfache und leicht nachvollziehbare Aerobikübungen werden mit sanften Körperübungen kombiniert, die dem Yoga entlehnt sind. Schon nach wenigen Stunden fühlt man sich wieder wie neu geboren. Yoga Aerobik Eine Yoga Aerobik-Stunde besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, einem Aufwärmteil mit langsamen Bewegungen, deutlich mehr Yoga-Anteile, folgt ein tänzerischer Ausdauerteil, viel Aerobik. Die Stunde Yoga Aerobik klingt aus mit einigen klassischen Asanas, den typischen Yoga-Bewegungen und Atemübungen zur Entspannung. Alle Bewegungsformen werden entweder barfuß oder in Socken durchgeführt. Das Training wird von fernöstlicher, meist sehr meditativer, aber doch rhythmischer Musik begleitet. Yoga Aerobik Sanft aber effektiv wie bei allen anderen sanften Aerobik-Formen handelt es sich bei Yoga Aerobik um ein sogenanntes Love-Impact-Training. Das heißt, es kommen keine Sprünge vor, ein Fuß bleibt immer am Boden. Ideal also für alle, die Probleme mit Bändern, Sehnen und Gelenken haben sowie für Übergewichtige. Doch Vorsicht, die den Übungen sind nicht für jeden geeignet. Yoga Aerobik Wer unter Bandscheibenproblemen leidet, sollte vorher seinen Arzt fragen, ob die Yoga-Elemente aus dem Yoga Aerobik für seinen Rücken geeignet sind. Anti-Stress-Training Yoga Aerobik ist vor allem für stressgeplagte Menschen genau das Richtige. Leiden wie Schlaflosigkeit, Herzrasen und Gereiztheit lassen sich mit den sanften Übungen wirkungsvoll bekämpfen. Wichtig ist allerdings ein gut ausgebildeter Yoga Aerobik-Trainer. Erkundigen Sie sich genau, damit aus dem Fitnesspass kein Fitnessfrust wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017